Das Team ist perfekt zusammengestellt, die Ausrüstung optimal angepasst. Und dann irgendeinen Transporter fahren? Das bringt keinen weiter. Deshalb gibt es bei uns immer eine große Auswahl an Fahrzeugen für jeden Job. Den Citan, den Vito und den Sprinter. Zum genau ansehen, testen und Probefahren. Wer viel leistet, verdient volle Leistung. Untertitelung des ZDF, 2020